Ich erkläre unseren geplanten Workflow für die Schul-Homepage. Es geht vor allem um das Thema Ordnung. Beispiel ist jetzt ein Tag der deutsch-französischen Freundschaft. Da haben wir Texte und Bilder und es war auch das Projektseminar Kulinarik beteiligt. So und das lege ich jetzt nicht in der Startseite an, sondern wir haben eine Seite für das Schuljahr 2324. Dort lege ich die Unterseite an Deutsch, Tag der deutsch-französischen Freundschaft. Damit ich so die Ordnung habe. Also hier unter Schuljahre 2324, da soll das rein. Wir arbeiten mit Typo 3. Das heißt also, es braucht auch unter der Teilliste, unter den Schuljahren hier 2324, braucht es auch den Ordner Tag der deutsch-französischen Freundschaft. Also Ordnung ist das halbe Leben, das gilt hier ganz besonders. Und dort sind die ganzen Bilder drin und bei der Seite ist die Seite drin, auch unter Schuljahr. Und als nächstes gehe ich auf die Homepage und baue einen Teaser, also neuer Inhalt. Und dann habe ich das Werkzeug Teaser und dieser Teaser verlinkt dann auf die eigentliche Seite. Das Schöne ist, ich will diesen Teaser ja nicht nur auf der Startseite haben, sondern auch noch unter den Lernen am AWG, unter der Fachschaft Französisch. Und unter P-Seminare, ja, ich habe hier Lernen am AWG, das kommt später genau. Und da gibt es den Knopf Kopieren. Also ich drücke hier drauf und dann klicke ich auf Kopieren. Und dann muss ich den Teaser nicht dreimal bauen, sondern ich baue den einmal schön und kopiere ihn und baue ihn dann an verschiedenen Stellen ein. Also hier bei den Fächern baue ich ihn noch ein, Französisch. Und dann habe ich hier Schulleben und dann habe ich hier genau Projektseminare. Und da kommt der Teaser auch rein. Dann ist das das Ziel. Das ist also unsere Startseite. Und da ist der Teaser für dieses Projekt wahrscheinlich so drei Monate drauf, schätze ich mal. Und bei Lernen, die Französischfachschaft kann überlegen, wie lange es drauf ist. Schulleben ist der Teaser drin. Und unter Schuljahren ist das eigentliche, die eigentliche Unterseite drin, ja, die nächsten Jahre. Und das Ziel ist, also die aktuelle Seite, da hat sich über 20 Jahre so viel angesammelt und wir haben völlig den Überblick verloren. Und mit dieser Strategie glauben wir, es hinzubekommen, dass wir auch über viele Jahre immer noch den Überblick behalten, was ist aktuell, was ist nicht aktuell, was gehört mal gelöscht und abgeschaltet.